Die Welt spielt mir ihr kleines Sieg, dass ein Computer für mich schlägt, mit wunderschöner Melodie, das klingt wie Musik. Und jeder Ton ist programmiert, ich fühlte die Menschen komponiert, mit dem Stehen aus purer Energie, das nennt man Sieg. Und jeder trug den Gründer da, doch plötzlich wird mir endlich lang. Musik Denn jede Note aus dem Saal will mich mit in das Fernenall und zieh mich fest in ihren Bein, ja, das ist Musik. Und jeder trug den Gründer da, doch plötzlich wird mir endlich lang. Doch plötzlich wird mir endlich lang. Ja, das ist ein so süßes Lortel, für Maschinen und Computer, denn nur für sie ist dieses Lied geacht. Ja, das ist ein so süßes Lortel, für Maschinen und Computer, und jeder trug den Einfahrung der Welt. Ja, das ist ein so süßes Lortel. Ja, ohne Sprung wird still sein, dann sind wir wieder ganz allein. Und auch keine Rechner ist mehr, wir brauchen Musik. Wenn jeder Ton verprogrammiert und wir sind total fasziniert. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel und plötzlich ist sie nicht mehr da. Vielleicht kann das auch alles gar nicht sein. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Und jeder Ton kann einfach so mehr ein. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Und jeder Ton kann einfach so mehr da sein. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Und jeder Ton kann einfach so mehr da sein. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. Ja, das war Kato, sie ist in der Hotel, zu Maschinen und Komitellen. So, meine Damen und Herren, das war der erste Teil, da haben wir den Fischteil aus Cholica-Seeschwelle gebracht. Jetzt werden Sie die letzte Möglichkeit, Ihren Reitzettel irgendwo in die Urne zu packen, wo steht. Die beste Stadt ist so eine kleine Styropor-Urne, da können Sie jetzt noch Ihren Zettel reinlegen, wir müssen hier kurz 20 Minuten was umbauen. In diesen 20 Minuten stiegen hier Matthew Boone, das sind so drei Nerds, hier sind die 3G-Boys, das ist der Oberhammer, da musst du mal in die Liga auch gleich nochmal mitsingen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß Matthew Boone, wir sind uns natürlich hier wieder in 20 Minuten ungefähr, meine Damen und Herren, das war der erste Teil von Velle Erdbein, gleich geht's weiter, vielen, vielen Dank, Dankeschön!